Jetzt kann ich mal mit in den Dungeon kommen. Hast du Piraten? You are a Pirate? Nein, nein, scheiß drauf. Wir haben die schon mal gemacht, das ist unwichtig. Ja, hallo? Ich. Oder bau die da vorne ab. Ah, das ist unwichtig. Bis zum Dungeon. Warte jetzt mal, ich kann doch nicht sein, dass wir hier... Was ist das hier weg? Ich will nur mal in die Leerung machen. Ach, guck mal hier, Bomben. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Ist auch noch Müll. Nope. Ist das in die Workbench? Ja, das ist in die Workbench. Da kann ich hier nicht craften, auch gut. Okay, jetzt aufpassen, wo... da ist ne Fall. Warte, da ist ne Fall. Bomben. Leuchten überhaupt nichts aus, Jungs. Naja, dann. Wir haben hier kein Zeugs. Nix zum Ausleuchten halt. Davon ist auch noch einer. Warte mal, warum tust du dich einfach mit... ...diesen... Alter, wie viele Herzen hier sind. Wat? Gestorben. Ach so, irgendjemand... Hä? Ich bin da auch nicht auf die Falte aufgedreht. Sora! Ich bin vorgewascht wie ein Blöder. Ein Herz. Wow. Nicht gemerkt. Es sind überall Herzen. Hau ab, der komische Tuse. Hau ab. What? Da fang ich das für ein großer Raum. Oh, ich bin im Bossraum. Bossraum? Ja, müssen wir erstmal gleich... Mit nem Golem-Boss. Bei dem bin ich jetzt. Aber da brauche ich jetzt erstmal, ähm... Euch. Und Licht vor allem. Ich hab Fackeln, aber... Und ich gar nichts an dich... Und wir sollten das erstmal hier präparieren. Die Leute hört die scheiß Stacheln wegmachen. Wär nett, ich hör dich, aber... Oh. Ernsthaft? Da kam ja auf einmal so eine Stacheln aus dem Himmel runtergeschossen. Na, ne, fick dich doch. Ja, ernsthaft. Warum kommt auf einmal Sperre von der Decke raus? Fängt auf auf vom Flammenwerfer. Kannlen? Ja, ist schön und gut, aber... Wer baut denn schon... Bitteschön zwei Pfeilen nebeneinander? Welcher normale... So ein Mensch macht sowas? Ich weiß eigentlich jeder, aber... Ich nicht, ich wär nett. Ich lass wenigstens die Einbrecher gute Chance. Glaub ich auch was selbst nicht. Natürlich. Ich bin sogar so nett nicht lassen, äh... Lass hier Kekse und Milch stehen. Ach, ne, Zweifel. Bis hier, da ist halt gehe ich mal kurz aus. Das glaube ich gleich. Jo, das stimmt. Das war ja nur für ein Weihnachtsmarkt. Einfach irgendwo hinklimmen. Ach, ne. Hab ich das darunter schürfe? André, wo bist du? Bin weiter unten. Juden, hey. Ich, 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 ich... Sein Ernst? Mein Ernst? Der wird sich jetzt bestimmt sehr freuen. Ist er gestorben? Ja, natürlich ist er gestorben. Und du auch. Lass mal zusammengehen. Ja. Der macht doch jetzt die Tür zu, du klopst. Wieso wusste ich jetzt, dass das eine dumme Idee war, da unten stehen zu bleiben? Und das ist der noch getan? Weil du von dummen Leuten umgeben bist. Wie André. Dass du selber dumm bist. Das ist ein Argument. Das ist ein dummes Unglück. Aber, äh... André, tu gleich mal beim Boss jedem Pigments geben. Mhm. Weil die machen eine derbe Schaden, die Viecher. Wo hast du denn denn jetzt nochmal her? Von nem Boss? Das ist vom Dingsplanetärer. Echt? Dann müssten wir denn nochmal öfters machen. Weil, ey, ich hab keinen Bock jedes Mal den Stab rumzureichen. Man kann bis zu sieben Stück, glaub ich, an, äh, Pigments kriegen. Was? Ich kann aber nur eins machen. Ja. Ja. Wahrscheinlich jeweils. Aber ein Kumpel letztens mit mir... Oh, ich war ja nicht voll geheilt. Ein Kumpel letztens mit mir und kurz gespielt hat und so und der hatte dann sieben Pigments hinter sich fliegen. Alter, sag mal, hat der Typ eigentlich ein Hobby? Er sagt schon den ganzen Tag lol und fragt mich in jeder neuen Runde. Was ist denn mit mir spielen? Was ist das? Mit mir spielen? Okay, ich lebe an der Decke und da, da, da finde ich auch alles gut. Ich hab Restore-Potion, 100 Leben und 100 Mann als Stadt der Geist. Ja, die hab ich auch. Zweifel, wie? Zweifel, was ich mitnehmen wollte? TNT. Ja, gerne. Weil ich brauch den nämlich nicht. Kann TNT mal zerstören wahrscheinlich überhaupt nicht. Nein, aber, aber... Also, ich will da bauen. Ja, Markus, mach halt mal mal Fackeln hin. Wenn du schon an welche hast. Gerade geschehen, ich hab einen Platz hier zufrieden. Oh, ich hasse es, wenn sie in einer einfach drin stehen, ne? Ich hab ein bisschen nervig. Ist eine gute Idee, dann warten wir immer hier auf André. Ach, das ist ja der Duo, stimmt. So, kann ich besser treffen. WTF? Die kommen aber auch in der Dauerschleife, irgendwie. Das ist eben doch schon gesetzt. Da ist noch eine Falle irgendwo. Fancy. Wo ist da jetzt noch eine Falle? Äh, ah, ich seh schon. Ja, würde ich grad sagen. Wieso schaffst du's? Nee, ich glaub nicht. Nee, ich schaff das. Nee, da rechts sind noch mal richtig viele. Du hast vergessen, was für eine Waffe ich hab. Du hast vergessen, wie viel den du hast. Das überwürdig trotzdem. Ja. I see. Es war ein Fliegeviech dabei. 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 Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, ja, ja. Hörg, Mann. Warte, wie viel Benner ich hab. Die sind so selten und ich hab grad grad drei Stück davon bekommen. Jetzt bin ich wieder durch den ganzen Müll durchgehend, wo ich eigentlich... Wie bist du denn jetzt da unten gestorben? Da ich im Inventar war und dann kam so ein komischer Wurm, Fliege, Drachen, da, Flying Snake oder so, kam auf mich zu. Weiß nicht, ich hab mich getötet, ich hab's geschafft. Äh, jetzt erstmal diesen ganzen Scheiße wegschmeißen. Das ist ja nicht so, dass ich meine Absicht haben wollte. Ja, natürlich. Ach. Ach, André, du bist hier. Ich wundere mich schon, wer wartet hier auf mich. Oh, die Leute, wir sind nicht mal an der Hälfte. Ach, Fläme nicht. Warte, lieber. Doch, wir sind da nicht. Doch, wir sind da in der Hälfte. Sag doch, Fläme nicht. Dann drücken wir den Stab. Den da? Ja. Das ist dem Schwasten gegeben. Welches Mal? Dank. Wo hast du denn jetzt? Was ist jetzt hin? Ach, da, nach unten. Einfach, nach unten gehen und nicht sterben. Markus, bleib stehen. Du stirbst, ich seh's jetzt schon. Äh, wo ist mein Ding hin? Ach so, da. Hast du eins? Ich fühl mich noch quick lebendig. Der Markus ist wieder reingerannt. Ah gut, Markus wird rein. So, jetzt müssen wir gucken, hier sind nämlich noch Fallen. Hier ist noch nicht, aber dann gleich. Hier sind wieder Fallen. Boah, ab. Ich hab grad eine gemerkt. Ja, von Markus. Weil er voll gerannt ist. Aua. Da ist noch einer drin. Letzter Haltring ist draufgegangen. Ich brauch Haltring hat jemand Haltring. Ich hab genug, ich geb dir gleich. Warte. Auch selber. So. Wer nennt? Ich muss mir jetzt noch irgendwie eine Plattform bauen. Kann nicht mehr. Ja, ich hab... Warte. Ah, warte. Ich muss dir sowieso noch das hier geben. So, komm her. Warte. Markus, komm her. Ja. Markus. 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 Moment, ich brauch grad ne Blattraum. Ach stimmt, ich würd die, die hier noch geben. Vielen Dank. Ja, mehr kriegst du nicht. Ja, reicht auch erstmal. Aber... Achso, ja egal. Egal. Was? Der Vater. Ja. Da hab ich echt keine verfickten Fackeln, ne? Nein. Sehr oft. Ich hab Fackeln. Ich hab auch Fackeln. Ich wollt ja schon längst welche geben. Achso, wir sind beim Boss jetzt. WTF?! Äh... Wir sind... Wir sind ziemliche Gegner. So, jetzt macht mal hier überall Fackeln hin. Warte, ich muss erst mal auswählen. Ich kann auch mal was sehen, ne? Warte, einfach mal Schutzmaßnahmen. Die ganzen Speichs wegmachen. Also, beziehungsweise verdecken. Gut, kann ich? Nein. Warte. Ähm... Ich kann den... Wir können den Boss dreizehnmal machen. Ich hab dreizehn Zellen zum Rufen. Was sagst du? Was sagst du? Ich kann den Boss dreizehnmal machen. What the? Dort, die guten Heidränke rein. Also, ich bin... Ah! Der ist direkt auf mir. Auf mir. Aber der ist einfach. Der ist nicht schwer. Der ist zweite Form. Der wird seht. Der hat der drei... der drei Formen. Aber ne, der ist echt nicht schwer. Ich will sonst nicht mehr. Das müssen wir auf ihn. Denn auf den Kopf und dann gleich wieder auf ihn. Aber der stammt ja die ganze Zeit auf mich. Der kommt aber nicht mal. Läußer Kaffee geleckt. Ja, aber mir auch. Hat er jetzt irgendwas interessantes getroppt? Ich hab wohl im Fiss. Hey, da unten ist ne goldene Drohe. Warum mach ich jetzt eigentlich alle Tränke genommen? Dornen, auch der Inkrater, äh... Filmforschung, oder? Kleine Stöckung, Wasserloch. Gib mir mal. Ja, feste mich, los! Ach, von hinten! Ah, ah! Warte, warte, warte. Stell ich an die Wand los. Stell ich an die Wand los. Ähm, können wir ganz schnell dann... Ah, ja, ah, ah, ah! Oh, ja! Oh Gott! Oh, ist das gut! Können wir denn wieder? Weil, ich hab hier noch ein paar... Tränke, die gut eigentlich sind. What? Wenn wir den Magic Dagger haben? Warte mal, nee, das macht ja gar... Okay. Kommen wir jetzt, bitte? Ich will ihn mal testen. Nein. Ey, komm, ich hab dir... Ich hab aussehen viele Heintrecke genommen, Mann. Okay. Geht auch. Mach mal... Schiss mal nicht drauf, bitte! Schiss mal nicht drauf! Nein, nein, nein! Ach so, du scheiß Viecher. Leute, komm, der macht eigentlich ganz schön Schaden. Hey, auf! Wenn ich die haben will, dann will ich sie haben und füß geben. Ich hab grad versucht, äh... Reload. Wo der Realtarzt. zu tot warte noch nicht so ist man nicht bezahlt hat man nicht bezahlen gelassen die ich aufgehoben habe aber ich nicht bekommen habe weil irgendjemand wieder gegrieft hat ich gucke im winter meine fest ich habe nichts und noch einmal kann die gedrückt halten ich bin zack in deinem winter hast hast du hast du hast du hast du wieso denn das wird schon aussehen ich habe nichts neues im inventar ich habe 19 5 silber bullet hier noch eine goldene kiste ja gut kommen also es mal wenn der typ das mal hat was kann man hier bitte schon machen an dem goldenen dingen das irgendwie so ein symbol trufe ich trufe mit der maus bilder die haben an sehr was für dich was mache ich damit will die nicht drauf machen andere du musst ja eine haben muss mit marcus die kennen haben ich sehe keine klappt irgendwie nicht da bist du echt zu flütter 4 geht doch was du für ein problem der leckt bei mir so ein bisserl die profis die profis die profis die fris die profis die profis ich helfe mit es ist nur ganz weit weg aber ich helfe mit Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auch wenn ich ihn nicht sehe, ich weiß, dass ich ihn treffe. Ich würde uns nicht länger überlebt haben als André. Er hätte mich auch die ganze Zeit niedergestopft. Heplow war doch das beste Item, was es gibt, ne? Heplow war doch eines der besten Farben, die es gibt, ne? Ich habe nämlich ein Heplows-Auge, sage ich schon. Ja, das ist ein Auge, das Item, aber ich habe ein Heplows-Item bekommen. Weißt du, was er macht? 10% mehr Critical Strike. Wow, 10%! Ja, plus 4%, also 14. Warte mal, kurz. Hier war die Zelle, Markus. Ne, ich habe ja noch einen, was will ich denn eigentlich? Warte, bitte. Warte, ich habe mich gerade einmal voll, dann warte ich kurz und dann kann man machen. Ich gucke, weil ich gerade noch so viel tränke, aber bei einem schon habe ich nichts mehr. Fuck, ich war nicht. Glaub das da bei dir? Nö, ich war gerade auf der Website, um zu schauen, hier. So. Ähm. Yes. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Wieso gibst du mir die B-Gun? Ich will die doch gar nicht. Als wenn ich die haben will. Wespen-Gun. Macht die Schaden? Ja klar mach das Schaden. Gib ja. Boah. Ähm. Darf man ihn bauen? Ja, darf man. Ist sogar erwünscht. Äh. Warum konntest du mehr als ich schießen? Ich habe mehr Mana. Achso. Jetzt will ich keinen Mana hätte. Hellblau das zweitbeste. Na los, jetzt mache. Hä? Hellblau das zweitbeste denn. Hellblau ist... Also, hier ist die Pian, also da diese Mischung aus blau... Ja, das ist sowas Hellblaues. Ja, das ist... Das gibt eigentlich nur für, äh, Items, wo er nicht bekommen kann. Ah. Machst du? Also nur durch Cheaten. Bis Andréma kommt. Ah! Die sind... Ninja Turtle! Die sind heftig, das ist echt heftig. Wow, die Bienen machen ja richtig Schaden. Du hast nicht gesagt, wie viel Schaden. Die machen Schaden. Ja, aber nicht... Wie viel. Ja, aber nicht viel. Die sind heftig! Giants. Wo kämpfst du den ganzen Tag so? Treffe ich ihnen ja natürlich, ne? Ich chill. Ich schon auch. ein scheint scheint er ja nicht ganz helle zu sein ich bin gegen die stache an der decke gesprungen damals als nur jungen war 2000 ja geil ich kann den boss nicht töten weil der kopf noch was habe ich erst zehn sekunden heilen andere musik kommt ich habe mich gehalten kommen wir denn jetzt pause machen könnte also ich will kurz noch gucken was die grünen bahn machen mit der pause aber noch ganz 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 die machen wir das nächste mal ja okay gut na warte so ich will mal gucken was die grünen bahn ja die gute kommen auch noch mal ich will gerade am kraften bin jungs ich will nur gucken was die grünen bahn machen tür zu tür zu so wo ist der guide wo ist der guide wo ist der guide lebt hier überhaupt ein guide das was ihr andauern tötet und das ist auch sehr gerne kommt und der ist wieder tot gucken wir mal gucken ein paar tisan claymore sauber schuldings hat hier nicht Nichts ja. Chlorophyta. 76. Macht ja sogar noch... Das Schwert macht sogar... Macht sogar mehr als den Mushroom. Sperr. Ja, was wollen wir mit aufnehmen bis nächstes Mal? Ja, wann? Kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Musst du so drauf fragen? Nein. Wenn man den wieder auch spontan entscheiden. Ich würde sagen, die Piraten kommen in den Offscreen machen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.